Frau Elisabeth Gruber, ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung zum Espresso heute gefolgt sind. Sie sind Leiterin der Abteilung für internationale Finanzierungsinstitutionen für die IFIs im Finanzministerium. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eine sehr schöne Frage. Man kann sich darunter vorstellen, eine sehr spannende Abteilung, die eingebettet ist in der Sektion für Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte des Bundesministeriums für Finanzen. Und von dieser Warte her hat die Abteilung eine sehr spannende Aufgabe, nämlich einerseits international zu arbeiten mit den internationalen Finanzinstitutionen, das ist unsere Hauptaufgabe natürlich, aber natürlich auch national und im Bereich der Sektion die Entwicklungsfragen auf internationaler Ebene sozusagen im Hause zu vertreten. Und so ist es, glaube ich, recht spannend, weil wir sind nämlich mit allem, wenn Entwicklungsfragen zu uns kommen oder ins Haus kommen oder zum Bundesminister kommen, dann kommen sie irgendwie eigentlich zu uns im Endeffekt. Und da haben wir uns, glaube ich, schon ein ganz gutes Renommee aufgebaut. Natürlich das Hauptgeschäft ist die Interaktion mit den internationalen Finanzinstitutionen. Wie groß ist die Abteilung? Wie viel Budget habt ihr? Also wir haben in dem Sinn kein Budget, aber wir verwalten ein jährliches Budget von circa 250 bis 300 Millionen. Das variiert natürlich immer wieder, weil wir natürlich Verpflichtungen haben gegenüber den internationalen Finanzinstitutionen, die allerdings schon in den Vorjahren oder Vorperioden eingegangen sind und mehrjährige Verpflichtungen typischerweise darstellen. Und so ergibt sich halt ein jährlicher Finanzaufwand, den wir verwalten im Umfang von circa 250 bis 300 Millionen. Und was ist die Agenda dahinter? Macht man das sozusagen, weil das halt alle machen, weil es sich so gehört oder verfolgt der Österreich konkrete Ziele damit, dass man sagt, da geht man in die 250, 300 Millionen Euro in die Hand, das ist ja, man ist viel Geld, also wenn man denkt, okay, da kann man gestalten. Was ist da die Agenda? Zunächst einmal interessanterweise auf internationaler Ebene wird ja das oft auch als nicht gestaltbare Oda beziffert. Ich sage auch immer, das ist gestaltbar, gerade weil wir eben auch Themen damit sozusagen bespielen können. Aber klarerweise ist eine der Hauptaufgaben und die Agenda dahinter im Konzert der internationalen Geber mitzuspielen und hier globale Probleme auch natürlich mit der globalen Gemeinschaft sozusagen anzugehen, einen Beitrag zu leisten und vor allem auch solidarisch zu handeln, also solidarisch mit anderen zu handeln. Wir sehen uns hier oder vergleichen uns oft mit circa gleich großen Ländern, also von der Wirtschaftsleistung her oder auch von der Bevölkerungsanzahl her. Oft nehmen wir natürlich die Schweiz heran als ein Beispiel oder oft gerne auch Belgien oder auch die nordischen Staaten. Und da sehen wir dann sehr gut, dass wir eigentlich so circa im Mittelfeld sind. Also wir sind bei manchen Bereichen besser, bei manchen Bereichen schlechter. Wir spielen da mit und tauschen uns natürlich aus. Das sind sehr wichtige Partner, wo wir natürlich auch Beziehungen aufbauen auf bilateraler Ebene zu den anderen Ländern, aber natürlich auch zu den Institutionen. Und man muss das eigentlich als ein langfristiges Engagement sehen. Und in diesem langfristigen Engagement haben wir also hier eine gewisse Reputation aufgebaut, ein verlässlicher Partner auch zu sein. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen das besser, machen das schlechter. Das kann ich darunter vorstellen. Das kann man hier besser machen, das kann man hier schlechter machen. Oder anders gefragt, was sind so Best Practices oder Investitionen, auf die Sie besonders stolz sind? Ich glaube besonders, also man kann immer, ich hoffe, wir machen das sehr gut. Also wollen Sie mich fragen, ob man das schlechter machen könnte. Das möchte ich nicht. Also wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch natürlich auch. Und wir möchten die Dinge gut machen. Wir machen sie auch, glaube ich, nur wenn wir auch überzeugt sind, dass die Mittel, die wir verwenden und in die Hand nehmen, auch gut verwendet werden. Also wir nehmen hier, sind ja eigentlich Steuermitteln, die hier auch verwendet werden, sozusagen. Und die hier den Institutionen überlassen werden. Und da ist sehr viel Vertrauen natürlich auch dabei. Aber Vertrauen, gepaart mit einer gewissen Kontrolle natürlich auch. Oder Mechanismen, die versuchen zu schauen, dass natürlich die Mittel auch bestmöglich eingesetzt sind. Und diese Mechanismen werden schon regelmäßig überprüft. Überprüfen wir auch über unsere Vertreter, die bei den internationalen Organisationen sind. Und wird durch die internationale Gemeinschaft im Wesentlichen auch überprüft. Besonders stolz bin ich eigentlich, dass die Institutionen oft sehr, sehr rasch agieren oder reagieren, wenn es zu Krisen kommt. Beispiel ist natürlich jetzt leider auch die Ukraine-Hilfe, die Ukraine-Krise. Da waren gerade die internationalen Finanzinstitutionen sehr rasch und haben also mehr Mittel noch hineingetan. Die EBRD, zum Beispiel der Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, hat ihr größtes Portfolio in der Ukraine und möchte das aufhören, möchte das sogar noch stärker ausbauen im Endeffekt, um da wirklich den Menschen vor Ort zu helfen, die Märkte weiter zu unterstützen vor Ort. Und hier ist eigentlich auch Infrastruktur natürlich letztendlich aufzubauen. Also ich denke, dass die internationalen Finanzinstitutionen natürlich langfristige Partner sind gegenüber ihren Nehmerländern. Aber mittlerweile auch diese Rolle spielen, wenn es darauf ankommt, schnell eine Hilfe leisten zu können. Beispiel Ukraine-Krise, aber auch Naturkatastrophen, Hungerkrisen, was auch immer. Sie sind sehr schnell da. Sie haben den Vorteil, dass sie vor Ort Büros haben, Personen, also Teams, die in den Ländern arbeiten und natürlich auch die Expertise haben, sehr schnell reagieren zu können. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll in der heutigen Zeit. Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine banale Frage, aber da kommt jetzt irgendwann eine Krise, eine Hungerkrise, Katastrophe in Kenia, Sudan, whatever, oder eine sonstige Herausforderung und die EBRD oder die Weltbank schreit und sagt, wer kann was zahlen? Sie schreit gar nicht, sie schreit dann ein bisschen später, aber sie ist schon darauf vorbereitet. Es gibt so Krisentöpfe, die sie parat hat und die auch schon vorab genehmigt sind, dass wenn eine Krise kommt, sie darauf sehr, sehr rasch reagieren kann und diese Mittel zur Verfügung schon bereits da sind. Also Beispiel innerhalb der Internationalen Entwicklungsorganisation der AIDA, den größten Topf, den es auf internationaler Ebene gibt für Entwicklungszusammenarbeit für die ärmsten Länder, gibt es ein kleine Fazit, ein Window sozusagen oder einen Rahmen, der für Krisenausgaben vorreserviert ist. Und sollte eine Krise kommen, der so genau definiert ist, das können also Naturkatastrophen sein, Wirtschaftskrisen, politische Krisen natürlich auch, also wenn eine sehr fragile Situation eintritt, dann können Projekte in das Board, also in das Direktorem der Institutionen auf sehr rascher und kurzer Basis kommen und genehmigt werden. Und das wurde auch gemacht. Das wurde, wie Covid ausgebrochen ist, gemacht. Da wurde sehr rasch, quasi aus diesen Krisentöpfen Mitteln genommen, um die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern zu unterstützen, aber auch damit Gesundheitsdienstleistungen sozusagen eingekauft werden. Und damit die Töpfe sozusagen voll sind für solche Krisen, braucht es vorher die Absprache, muss es vorher die Commitments geben der verschiedenen Ministerien und nach welchen Schlüsseln wird er verteilt oder gibt es da Schlüssel oder sagt man, gibt es da Prioritäten, die Österreich setzt, wir machen bei diesem Topf mit bei jenen nicht oder wie läuft das ab, diese Entscheidungsfindung? Diese Entscheidungsfindung, das sind quasi Töpfe innerhalb eines großen Tropfes sozusagen. Also innerhalb der weichen Fenster, die bei den internationalen Finanzinstitutionen sind. Diese weichen Fenster werden regelmäßig sozusagen wieder aufgefüllt durch die internationale Gemeinschaft. Da sind wir auch dabei und da finden sogenannte Wiederauffüllungsgespräche oder Verhandlungen mit den Partnern statt. Unter anderem auch Österreich, da sind wir vertreten und da wird dann in der Gemeinschaft quasi diskutiert, welche Schwerpunkte möchten wir setzen? Und da wurde, also zum Beispiel bei der internationalen Entwicklungsgemeinschaft, der AIDA, wurden da jetzt die Schwerpunkte auf Fragilität gesetzt. Klimaschutz, dann eben auch eine Krisenmaßnahme, um schnell Mittel zur Verfügung zu stellen. Gender ist auch ein Schwerpunkt. Und ja, so wird das diskutiert, wird festgelegt, was möchte man eigentlich mit diesen Geldern in der internationalen Gemeinschaft auch tatsächlich tun? Und ja, mit welchen Anteilen sollen sie auch verwendet werden, für welchen und welchen Zweck? Eine IFI, eine internationale Finanzierungssituation, die in Wien wächst und wächst und wächst, ist die Weltbank. Da ist auch österreichische Skills sehr stark drin. Ich meine, was sozusagen macht das was mit dem Standort hier? Hat Österreich davon Vorteile, dass hier die Weltbank so massiv irgendwie jetzt ausbaut? Wie sehen Sie das? Also, nachdem ich sehr involviert war in dem ganzen Prozess und mich seit Jahren damit beschäftige, bin ich dann natürlich ein bisschen biased, muss ich dazu sagen. Aber ich sehe es sehr, sehr positiv und ich bekomme wirklich sehr viele mittlerweile sehr positive Rückmeldungen. Das war ein Prozess, der langsam gewachsen ist. Wir haben klein begonnen, schon vor eigentlich 15 Jahren, könnte man sagen, in dem ein paar Programme gezielt unterstützt worden sind bei der Weltbank und wo wir gesagt haben, wir möchten, dass diese Programme von Österreich aus, von Wien aus operativ sind sozusagen und einen Schwerpunkt haben in Osteuropa, Westbalkan, in unseren Nachbarländern sozusagen. Das hat die Weltbank gemacht. Die Idee dahinter war, dass damals den Entscheidungsträgern auch bewusst war, dass der Standort Wien ein ganz, ganz zentraler ist für die Osteuropa-Kooperation und auch für Westbalkan und dass es für Vorteil sein muss für die Weltbank, nicht von Washington aus diesen Bereich oder diese Region zu servicieren, zu bearbeiten, Projekte zu machen, sondern eben von Wien aus. Weil der Standort Wien hier natürlich die Nähe hat, immer schon auch einen gewissen Bezug zu der Region hatte und und so weiter. Und von dieser Vision ausgehend wurden dann immer mehr Programme hier eigentlich umgesetzt, gefördert. Die Weltbank hat das auch als sehr positiv gesehen, hat die Vorteile gesehen und das ist dann mittlerweile irgendwann so eine Art Selbstläufer geworden. Mittlerweile brauchen wir gar nichts mehr tun. Die Weltbank hat Anfragen, noch und noch sozusagen möchte weiter ausbauen, weil sie eben den Standort Wien sehr, sehr schätzen. Dazu muss man sagen, dass mittlerweile der Standort Wien zirka, also es variiert natürlich auch immer ein bisschen, zwischen 260 und 300 Mitarbeitern zählt. Wir haben, der Standort Wien hostet sozusagen zurzeit auch das Ukraine-Team der Weltbank-Gruppe, die also vorübergehend und hoffentlich nicht mehr allzu lange, aber zurzeit doch eher wesentlich von Wien aus die Ukraine-Projekte umsetzen und von hier aus arbeiten. Und man sieht eigentlich, also auch durch die Anzahl von Veranstaltungen und Konferenzen, die die Bank jetzt intern und extern macht, dass der Standort sehr, sehr gut angenommen wird und eigentlich, ich glaube, ein sehr, ein sehr schönes, erfolgreiches Projekt darstellt und sehr herzeigbar geworden ist. Frau Gutmann, mein Espresso ist fertig. Ihr auch. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Dankeschön. Danke.